Ja, der Freitag scheint sich langsam zu einem richtigen Bullentag zu entwickeln und damit begrüße ich Sie recht herzlich zu einer neuen Folge Bon Weekend, präsentiert von der Societe General. Ich bin Sebastian Hoffmann von Primequans und bevor wir zu den Charts kommen, kurz die Rechtshinweise, denn dieses Video stellt keine Anlageberatung dar, dient also zur Information und spiegelt lediglich die Meinung von Primequans wieder. So, los geht's, schauen wir auf den DAX, der in dieser Handelswoche ausgiebig die 11.000er Marke auf den Prüfstand gestellt hat. Das Ganze erfolgreich, wie der heutige Handelstag zeigt, an dem das 2019er Jahreshoch ein Stück weiter nach oben geschoben werden kann. Aus charttechnischer Sicht rückt damit nun bereits das Dezemberhoch bei 11.567 Punkten ins Blickfeld, darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Zunächst halten wir aber fest, dass der DAX heute bereits die zweite Kurslücke in den Chart reißt. Das Wissen nehmen wir mal mit und vergrößern unseren Chart-Ausschnitt ein wenig, denn nun brauchen wir noch den 2018er Abwärtstrendkanal, in den sich der DAX Anfang Januar zurückschieben konnte. Dieser Kanal lässt sich durch die April-Trend gerade grob in zwei Teile gliedern. Es geht nun also darum, den Sprung in den oberen Bereich zu vollziehen, wobei quasi zur Bestätigung auch das Dezemberhoch überwunden werden sollte. Kein leichtes Unterfangen, denn auf diesem Niveau hatte der DAX schon im Oktober und November sichtlich Probleme, weiter voranzukommen. Heißt, darunter muss man nach wie vor mit einem volatilen Verlauf rechnen, so wäre beispielsweise ein erneuter Test des Hochs aus der Vorwoche bei 11.217 oder sogar ein Gap Close, also die Schließung der heutigen Kurslücke möglich. Das wäre übrigens bei 11.149 Punkten der Fall. Gelingt der Sprung über das Dezemberhoch, wären als nächste Widerstände das Märztief bei 11.727 und die Nackenlinie bei 11.869 Punkten zu nennen. Sie erinnern sich, der DAX hatte ja mit dem Rutsch unter dieses Niveau im vergangenen Jahr eine große Schulterkopf-Schulter-Formation vollendet. Unmittelbar darüber warten dann die 12.000er-Marke und die 200-Tage-Linie, bevor es dann mit dem Ausbruch über 12.500 Punkte zu größeren charttechnischen Long-Impulsen kommen könnte. Allerdings wird auch das nicht einfach, denn auf diesem Niveau kam seit dem Allzeithoch, das am Mittwoch übrigens einjähriges Jubiläum gefeiert hat, das meiste Volumen zustande. Hier ist also durchaus mit Break-Even-Verkäufen zu rechnen. Alles in allem ist das also noch ein steiniger Weg aufwärts. Schauen wir noch kurz nach unten. Welche Unterstützung muss man hier auf dem Zettel haben? Klar, vor allem die 11.000er-Marke. Darunter würde sich das Bild dann schon wieder etwas eintrüben, auch wenn die untere Begrenzung des 2018er-Trendkanals im Bereich von 10.750 Punkten ebenfalls noch als Haltezone zu nennen wäre. Wer im DAX gerne aktiv werden möchte, der kann das auf der Long-Seite beispielsweise mit einem Mini-Future-Long mit der WKN SC9 KGH tun. Die Scheine verfügen momentan über eine Hebelwirkung von 8,17 und laufen endlos. Auf der Short-Seite, da kann man beispielsweise mit einem Mini-Future-Short mit der WKN ST3 1BX aktiv werden. Die Scheine verfügen momentan über eine Hebelwirkung von 7,54 und laufen ebenfalls endlos. Schauen wir uns dann im Schnelldurchlauf noch ein paar interessante Aktien an. Davon gibt es ja aus charttechnischer Sicht momentan eine ganze Reihe. Hervorzuheben ist beispielsweise Wirecard wie im vergangenen Jahr momentan die beste Aktie im DAX. Allerdings muss man nach dem starken Auftritt in dieser Woche auch hier durchaus ein Pullback auf dem Zettel haben. In Frage dafür kommt zum Beispiel das Juni-Hoch bei 158,10. Ebenfalls interessant ist auch Daimler. Hier ist bereits der Ausbruch aus dem Oktober-Trendkanal gelungen und das könnte jetzt der erste Schritt in Richtung 200-Tage-Linie werden. Allerdings bremsen zuvor noch das Dezember-Hoch bei 53,49 und das Juni-Tief im Bereich von 55 Euro. Wichtig zu wissen, unter das Oktober-Tief bei 48,77 sollte es nun nach Möglichkeit nicht mehr gehen, da sich das Chartbild sonst wieder eintrüben würde. Einen habe ich noch und da wollte ich zuerst Vonovia nehmen, da wird nämlich ein Dreieck gerade bullisch aufgelöst, habe mich dann aber für die Aktie der Deutschen Bank entschieden, die ebenfalls schon aus dem Oktober-Abwärtstrendkanal nach oben ausbrechen konnte und nun mit Hilfe einer kleinen umgekehrten SKS auch in Richtung 200-Tage-Linie marschieren könnte. Voraussetzung dafür ist allerdings der Sprung über die 8-Euro-Marke und genau danach sieht es ja momentan aus, wodurch sich dann Platz bis zum Juni-Tief bei 8,76 eröffnen könnte. Typisch bei einer SKS ist natürlich auf die rechte Schulter zu achten, in unserem Fall also auf den Bereich von 7,15 Euro. Darunter würden auch hier die Abwärtsgefahren wieder steigen. Schauen wir noch schnell auf die kommende Woche, die ganz im Zeichen der Berichtssaison steht und zwar unter anderem mit Zahlen von Apple am späten Dienstagabend und dann vor allen Dingen mit einem vollgepackten Mittwoch, wobei hier aufgrund des Shutdowns in der USA nicht klar ist, ob auch alle Daten tatsächlich über den Ticker laufen. Hervorzuheben ist aber auf jeden Fall der Zinsentscheid der FED mit der anschließenden Pressekonferenz. Ähnliches gilt auch für den Arbeitsmarktbericht am Freitag. Bleibt mir noch, Ihnen ein schönes Wochenende zu wünschen. Machen Sie es gut!